So ein Ergebnis stehen würde, wie es jetzt Bestand hat nach 50 Minuten, nämlich ein 1 zu 1 unentschieden. Das wäre sicherlich ein Punkt gewinnt. Das müssen wir weiterspielen, das kann doch nicht wahr sein. Knut Kircher wieder als Vorlagengeber der Bayern. Die Bayern über die linke Seite, der Ball kommt in den Strafraum, da ist Ribery, der liegt quer und dann schießen sie ihn ein. Knut Kircher mit dem 1 zu 1 für Bayern München. Ein Pfeffer, ein knares Foulspiel am Mittelnkreis und einem Dortmunder. Knut Kircher, mein Gott noch mal. Ein scheiß Daher, Mensch, jedes Mal, der hat sicher Foul, klares Foul. Das kann nie wahr sein, ehrlich nicht.